Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder die Campustüte bekommen, die letzte dritte Tüten, die 8,95 Euro kostet. Die kann jeder bestellen von euch. Genau, wir legen gleich mal los. So sehen immer diese Tüten aus. Da sind immer alles drin. Hier ist noch so eine Tüte. Ich hole noch mal schnell alles raus, was hier noch hier drin liegt. Hier haben wir wieder solche Tüten. Wir benutzen Tragetaschen noch mit. Zweimal sind die hier drin. Dann haben wir hier drin wieder ganz schön viel Werbung. Einmal hier, zweimal das Gleiche. Hier haben die noch Haufen heiße das Gleiche reingelegt. Verstehe ich auch nicht, aber egal. Dann haben wir einmal hier sowas. Einmal sowas. Und einmal das von der AOK Plus. Genau, wir legen gleich jetzt mal los, was jetzt hier in den Tüten drin ist. Da sind auch immer dieses dieses Heftchen hier drin mit, was man sich durchlesen kann. Dann haben wir noch ein kleines Heftchen. Dann sieht man immer hier an den Prospekten, was schon ungefähr drin ist. Der Spruch ist auch richtig schön. Willst du mit mir pupsen? Steht hier drauf. Ganz schön lustig. Dann ist einmal das drin. Dann sind solche Gutscheine drin. Und einmal das hier. So, jetzt legen wir mal los, was in den Campus Tüten drin ist. Also da haben wir einmal ein Stern, Stern, Quell, Pilzner Bier mit 4,9 Prozent voll oder 11,4 Prozent feucht. Stimmt. Würzig? Ah ne, stimmt. Okay. Hier sind 0,5 Liter drin. Das Bier ist auch erst neu drin. Sonst sind immer diese anderen kleineren Bier drin. Diese hellen Biers. Ist auch mal was ganz anderes. Dann haben wir hier was von Coup Nudels. Choy Sauce Shrimps. Sehen hier drin die 5 Minuten Tarim. Hier sind 63 Gramm drin. Deckel aufmachen, Wasser rein, 3 Minuten oder 5 Minuten warten. Und dann kann man das essen. Steht auch hier hinten alles nochmal drauf, wie man das macht. Ich stelle das scharf. So. Genau. Dann haben wir mal was Neues drin. Von Linsenwaffeln. Galets aus Italien. Glutenfrei. Portain Riches. Riches & Portneis. 44 Gramm sind hier drin. Die waren auch noch nie drin. Die sind auch erst neu. Dann haben wir wieder das Oromotina mit 230 Gramm. Hier sind wieder die Stücke drin. Schmeckt auch sehr lecker. Hier ist auch wieder der Gutsche mit einem Euro drauf, den man einlösen kann. Dann haben wir hier etwas von Belou. Ein Cremeschaum mit Apfel. Das sieht so aus. Dann haben wir wieder das Spiel hier drin. Willst du mit mir pupsen? Das ist für 2 bis 4 Leute gedacht zu spielen. Und Kinder ab 5 Jahre. 5 Plus steht hier drauf. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Das hier habe ich euch das Spiel das letzte Mal schon gezeigt. Von innen, wie das so aussieht. Genau. Dann haben wir wieder das kleine Kickchen drin. Das schmeckt auch richtig lecker. Dann haben wir von Alpensalz, von Alpensalz Togo wieder drin. Diese kleinen Meersalz. Diese kleineren. So, dann haben wir wieder das BHA-Mask drin. Tiefreinigende Haut für alle Hauttypen. Germatologisch getestet. Hier sind 50ml drin. Auch nochmal von hinten. Genau. Das war jetzt in der letzten Tüte auch drin in der zweiten. Dann haben wir den Kornihafer mit Bananengeschmack drin. So, das war jetzt schon mal die erste Tüte gewesen. So, dann kommen wir zur zweiten Tüte. Hier haben wir wieder einmal das Sternquell-Pilzner-Bier mit 0,5 Liter drin. Dann haben wir einmal ein Hiepso-Hart-Selzer-Limme. 5,5% voll steht hier drauf. Es soll vegan sein. Das sieht so hier aus. Die kleine Flasche. Hier sind 0,33 Liter drin. Genau. Ist auch neu. Das hatten wir auch noch nie drin gehabt. Dann haben wir wieder dieses Kornhaferriegel mit Bananengeschmack drin. So, dann haben wir das Oromotine. Ohne Palmöl steht hier noch mit drauf. Hier sind 230 Gramm drin. Hier ist auch wieder der Gutschein mit 1 Euro drin. Hier haben wir einmal diesen Butterkeks. Der schmeckt auch richtig lecker. So, dann haben wir hier noch was von Altensalz. Ein Bergkräuter. Da sind nur 3 Gramm drin. Schmeckt auch richtig lecker. Hatten wir auch schon mal reingemacht in ein Essen. Oder in Salat hat man glaube ich reingemacht. Genau. Und dann haben wir etwas von Belou noch drin. Ein Cremeschaum mit Blumikisses. So sieht das aus. Genau, hier sind 150 Milliliter drin. Und es ist auch vegan. So, dann haben wir hier wieder die ganze Zeitung wieder drin. Hier das kleine Heftchen. Das hier. Hier ist das Bier auch mit abgezeichnet. Wenn es jemand interessiert. So sieht das auch von innen aus. Und dann hier ganz viel Wirbung. So, dann haben wir noch etwas an der Seite liegen. Ein Tee. Ein grüner Tee. Mango Kamille Fuzzi Tee. Das ist der hier. Nicht wundern, der ist schon ein bisschen alle. Den hat mein Freund schon getrunken etwas. Hier ist auch wieder Pfand drauf. Hier sind ein Liter drin. Wie immer. Genau. Dann haben wir hier noch einen Dosenöffner. Oder einen Bieröffner. Für das Bier. Ja. Ist auch mal was Schönes drin. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5 solche Stifte hier. Von Mulbauer. Von Mulbauer. 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 Diese Stifte. Hier zeige ich euch. Ups. 5 Stück. Weiß ich auch nicht warum 5 Stück drin sind. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch etwas von 2 in 1. Ein Ladekabel für mich. Für mich ist das ein USB für iPhone, iPad und ID. Ja ist für iPhone dieses Kabel. Ich habe ja leider kein iPhone. Aber man kann es trotzdem weiter verschenken. Die ja vielleicht ein iPhone haben. Ist ja nicht schlecht. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar Haargummis von 3Tackels Haio Ringem. Die sehen so hier aus. Etwas schön. Guck mal hier ist noch eine ganz schöne Schleife drauf. Ich zeige es euch mal von innen. Ich mache die mal auf. Die sind rosa mit Glitzer. Die sehen so aus. Solche Haargummis. Ja. Die sehen richtig schick aus. So. Die Tüten sind leer. Und ja. Das war jetzt die letzte Tüte gewesen. Die dritte. Wir haben jetzt 3 verschiedene Boxen, also Tüten gehabt. Also ich finde das richtig schön. Ich werde die nächstes Mal auch wieder bestellen. Also jetzt erstmal nicht mehr. Aber wenn es die nächstes Mal wieder geben wird. Dann werde ich die auch bestellen. Das kann jeder von euch gerne bestellen. Diese Tüten. Genau. Also mir haben die Produkte sehr gut gefallen. Auch mal unterschiedliche Produkte. Ein paar drin. Manche sind gleich. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auf einen Daumen nach oben freuen. Über einen Kommentar. Und wenn ihr die Glocke aktiviert. Verpasst ihr auch kein einziges Video mehr von mir. Ich sage Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.